Der Wunsch der Bergrettungsorzgruppe auf der Katrin eine eigene Einsatzhütte zu errichten, ist nun nach umfangreichen Vorreiten sowie mit Unterstützung der Landesstellen und Gemeindeverrennung nach den umfangreichen kommerziellen Vorarbeiten durch den jungen Obmann Rudi Föckner ist es zu danken, dass nun mit den manuellen Arbeitern der ersten Bauetappe zum Aufbau einer dringend notwendigen Bergrettungseinsatzhütte auf dem Ischler Hausbergkatrin durch die freiwilligen Bergrettungskameraden beginnen konnte. Wieder steht unser Einsatzleiter an vorderster Stelle, um die Voraussetzungen für den Baubeginn zu schaffen. Alle Mitglieder sind den Hof gefunden und mit gemeinsamer Arbeit das Zielbiste der Katrin versorgt werden können. Mit dem Bau der Seilbahn auf den schönen Aussichtsberg flogt immer mehr Gäste an. Die gesunde Luft und Aussicht zu den Schönheiten unserer Salzkammergutberge, Teller und Seen genießen wollen. Auch der Wintersport und viele Gäste in diese Region, so ist auch verständlich, dass die Unfallstatistik mit steigender Frequenz zunimmt. Der Einsatz des Bergrettungsdienstes immer mehr Bedeutung zukommt. Ein Ruf einer eigenen Einsatzunterkunft für die Geräte und den freiwilligen Einsatz, dem immer dringlicher erfordert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Wie die fleißigen Bienen helfen alle Kameraden an dem Werk zum Aufbau des Stützpunktes in uneigennützigen Freizeitstunden mit, um noch vor dem nahenden Wintereinsatz zur Verfügung zu stehen. Dank aller helfenden Kameraden und Freunde wurde es möglich, alle anfallenden Bauarbeiten in Eigenregie durchzuführen um die Baukosten auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Musik 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 Zeigt sich eine steigende Frequenz, dass dem Einsatz des Bergrettungsdienstes der Ortstelle Bad Ischlo immer mehr Bedeutung zukommt. Der Forderung einer Einsatzhütte für Geräte und dem freiwilligen Einsatzteam im Winter wird immer dringlicher. Musik 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 Wie die fleizigen Bienen im Dimmberg helfen alle Kameraden zum Aufbau des Stützpunktes in uneigennützigen Freizeitstunden zusammen, um die Fertigstellung noch vor dem nahenden Wintereinsatz sicherzustellen. Dank aller helfenden Kameraden und Freunde ist es gelungen, alle anfallenden Facharbeiten in Eigenregie aufzuführen und die Baukosten erheblich gesenkt werden konnten. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik 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 Musik